Berg erklungen. Keine Ahnung wo ich hier bin, aber oberhalb vom Sanatorium, da hinten, in Sudrode, hier geht es überall bergrunter. Top neuer Wanderstab aus dem China-Land, billiges Geld, aber er füllt voll sein Bett, ist leicht einwandfrei. Dazu ein kleines Küchenmesser, falls man mal in der Natur ist. Irgendwie muss man ja so leben, gucken wie gut das ist. Ein bisschen für Koltz, die Koltz. Also, naja. So, rein. Ich würde sagen, er füllt seinen Zweck. Also, gut. Nicht ganz 42a-konform, aber es liegt ja eingeschlossen in der Tasche. Feines Teil. Gut. Geht. Fällt nicht raus. Alles gut. Ja, jetzt. Die Lunge ist immer noch nicht so, was es sein sollte. Also, reden geht noch gar nicht. Husten ist immer noch. So. Aber hier oben kann man mal ein bisschen frische Luft schnappen. Ein bisschen durchatmen. Ein bisschen durchatmen. Irgendwie muss es gehen. Die Sonne ist einwandfrei. Also, ich kann euch das mal zeigen, hier ringsrum. Ich mache hier mal einen kleinen Rundblick. Da drüben. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ah, und. Irgendwo da drüben ist das Sanatorium von Suderode. Und hier geht es überall. Na ja. Ein bisschen runter. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um hier hochzukommen. Also, eine Rekordzeit ist es nicht. Wirklich alle 10 Minuten. Ach, 10 Minuten. Alle 10 Meter. Stehen bleiben. Pause machen. Da geht gar nichts mehr. Fix und alle. Aber ich wollte unbedingt hier hoch. Und ich muss ja ein bisschen trainieren. Das muss ja irgendwie wieder aufwärts gehen. Also, irgendwie muss ich aus dem Loch hier wieder rauskommen. Also, bleibt gesund.